Mein Name ist Markus Grasnik. Ich bin seit 01.01.2022 Head of Solution Consulting und mein Aufgabengebiet umfasst neben der Leitung von Projekten die Durchführung von Business Analysen, die Unterstützung in Pre-Sales und selbstverständlich auch die Führung meiner Mitarbeiter. Meine Abteilung ist zuständig für die Umsetzung und Implementierung von Softwarelösungen über die ganze Wertschöpfungskette hinweg, insbesondere im Versicherungsunternehmen. Ich möchte mich da eigentlich nicht auf ein bestimmtes Projekt oder auf drei bestimmte Projekte festlegen, weil jedes Projekt mit bestimmten Herausforderungen verbunden ist und alle Projekte für sich interessant sind und man so immer wieder vor neuen Herausforderungen steht und mit immer wieder interessanten Leuten zusammenarbeitet. Es ist ein sehr interessantes Aufgabengebiet. Ich glaube, dass die Wirtschaft sehr stark im Wandel ist, dass sich da die nächsten Jahre viel tun wird. Das bedeutet, einen neuen jungen Kollegen wird nicht fad werden, wenn er bei mir anfängt. Wichtig bei einem Bewerber ist mir, dass er einerseits neugierig ist, lernbereit ist, weil sich die Aufgabengebieten mit der Zeit auch ständig ändern und das eine offene und freundliche Art hat. Denn das ist ganz, ganz wichtig im Umgang mit den Kunden.